So rahmen Sie in PowerPoint ein Bild. Doppelklicken Sie es, um die Bildtools einzublenden, und klicken Sie dann auf das Symbol Grafikrahmen. Leider können Sie nicht alle Rahmenformate in einem Durchgang zuweisen, sondern müssen dazu mehrere Runden drehen. Im ersten Schritt entscheiden Sie sich für Farbe des Rahmens. Dann öffnen Sie erneut die Auswahlliste und kümmern sich um die Rahmenstärke. Wenn Ihnen diese Klickerei zu umständlich oder das Ergebnis zu langweilig ist, greifen Sie zu den Bildformatvorlagen.